Schalom und Gottes Segen. Ich habe eine wunderbare Nachricht für dich. Wusstest du, dass der Glaube an Jesus Christus dich vor die Hölle bewahrt? Ich glaube an Jesus Christus. Wie ist es mit dir? Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Ich glaube an 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 Jesus Christus. der Sohn Gottes. Ich glaube an Jesus Christus. Ja, wir glauben an Jesus Christus. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Amen. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Ich auch. Ich glaube an Jesus Christus, den einzig wachen Gott und Retter und kündig der Kündige. Amen. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an Jesus Christus. Wir glauben an Jesus. Ich glaube an Jesus. Ich glaube an Jesus Christus. Ja, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an Jesus Christus. Ja, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube an Jesus Christus, meinen Herrn und Erlöser. Ich glaube an Jesus Christus.